Landschaft, Kultur, Sehenswürdigkeiten. Alles Gründe, warum sich Österreich als Tourismusstandort einer großen Popularität erfreut. Aus der österreichischen Wirtschaft ist der Tourismus nicht wegzudenken. Hotellerie und Gastronomie schaffen die Grundlage für ein großes Kontingent an Arbeitsplätzen. Die Tourismuswirtschaft für Österreich ist eine Leitbranche. Es hängen wahnsinnig viele vor- und nachgelagerte Bereiche daran. Wenn man es in Vollzeitequivalenten misst, geben wir Beschäftigung für 620.000 Menschen. Das sind umgerechnet ca. 45 Milliarden am österreichischen BIP. Ich glaube, das ist extrem wichtig und die Politik sollte das auch schätzen und uns auch dementsprechend behandeln. Neben den landschaftlichen und kulturellen Attraktionen sind es aber vor allem die gut ausgebildeten Mitarbeiter, die zum Erfolg des Tourismus in Österreich beitragen. Die besten Nachwuchskräfte konnten auch heuer wieder ihr Können bei der von den gastgewerblichen Fachverbänden in der Wirtschaftskammer Österreich veranstalteten österreichischen Staatsmeisterschaft für Lehrlinge in Tourismusberufen unter Beweis stellen. Damit ist natürlich auch ein großer Aufwand verbunden. Jährlich beteiligen sich viele Experten an der Organisation. Anfang von den Juroren, über die, die im Einkauf beteiligt sind, über das Büro. Also alle, die da sind, machen das mit Engagement, mit Herzblut, mit Hingabe und natürlich auch mit eigener persönlicher Kompetenz und mit eigener fachlicher Kompetenz. Jetzt weil jeder Jurore, der bei uns da dabei ist, hat auch selbst die höchsten Qualifikationen, die in dieser Branche möglich sind. Aber worum geht es eigentlich bei dem Wettbewerb? Lehrlinge aus den Bereichen Küche, Restaurantservice und Rezeption treten gegeneinander an und stellen ihre Fähigkeiten unter Beweis. Jedes Bundesland schickt je drei Vertreter aus jedem Bereich, welche vorher in Landesmeisterschaften ausgewählt werden. Nun werden verschiedene Aufgaben gestellt, wobei heuer ein besonderer Schwerpunkt auf dem Bereich Rezeption lag. Gerade die Hotelfachkräfte sind ja diejenigen, mit denen der Gast oft den ersten Kontakt hat. Da muss natürlich alles korrekt ablaufen, sodass man sich im bereisten Land richtig wohlfühlen kann. Deshalb lag das Augenmerk heuer vermehrt auf Rollenspielen, bei denen die Teilnehmer des Wettbewerbs mit sehr vielen verschiedenen Situationen konfrontiert werden. Die Fragen nach Aktivitäten, die man unternehmen kann, müssen ebenso bewältigt werden, wie der Umgang mit ungeduldigen Gästen, denen es nicht schnell genug gehen kann. Was passiert, wenn jemand zu spät gebucht hat, wenn das Zimmer anders ist als gewünscht oder der Pass vergessen wurde? Wie geht man mit aufgeweckten Kindern, kläffenden Hunden oder Prominenten mit Sonderwünschen um? Und wie gut kann man sich mit nicht deutsch sprechenden Gästen verständigen? Alles Dinge, die von den Lehrlingen bei diesen Rollenspielen gemeistert werden mussten. Die Ausbildung zielt auf ganz das Entscheidende ab. Wir haben ja eine Hotellerie, die mit einer tollen, goldenen Infrastruktur glänzt. Aber diese Ausbildung zielt eben genau auf diese Dienstleistung ab. Und das ist das ganz Besondere an dieser österreichischen Ausbildung. Da wird diese Freundlichkeit unterstützt, diese Dienstleistung, diese Entgegenkommen, diese Kommunikation, diese Sprachenvielfalt, die uns unterscheidet von vielen anderen Ländern. Und das ist in Wirklichkeit das, was uns dann am Ende des Tages auch von den anderen Ländern unterscheidet und auf was ich stolz bin auf unsere Jugend hier im Tourismus in Österreich. Ob das jetzt Köche sind, ob das Kellner sind oder ob das auch unsere Rezeptionsmitarbeiter sind. Und wieder einmal haben sich die jungen Wettbewerbsteilnehmer bestens bewährt, worüber Veranstalter und Betreuer natürlich sehr stolz sind. Wir sind gerade im Tourismus sehr, sehr stolz darauf und man weiß immer, wie man über den Tourismus in der Öffentlichkeit oft spricht. Und da herinnen, glaube ich, sehe ich mal, dass das ganz das Gegenteil der Fall ist. Nämlich diese hohe Dienstreistungsqualität, die hier von unseren Lehrlingen wirklich in Spitzenklasse geboten wird. Und da ist natürlich Österreich insbesondere, wenn man sich das anschaut, im Vergleich mit anderen Ländern einfach wirklich Weltmeister. Die duale Ausbildung ist einfach ein tolles Projekt und das zeigt natürlich, wie toll Österreich im Tourismus dasteht. Der Wettbewerb hat bewiesen, dass die Lehre aufgrund der Praxisnähe den Gastronomieschulen den Rang abläuft. Durch das duale Ausbildungssystem haben die Lehrlinge sowohl die Möglichkeit, eine schulische Bildung als auch die direkte Praxiserfahrung zu machen. Um die Lehre weiter attraktiv zu halten, besteht auch als Lehrling die Möglichkeit, die Matura zu absolvieren. Auf europäischer Ebene, wo die duale Ausbildung nicht so verankert ist oder in verschiedenen Ländern wie hier in Österreich, dann wird es immer ganz verwundert angesehen, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer die Aufgabe der Ausbildung übernehmen. In anderen Ländern, wo die Jugendarbeitslosigkeit höher ist wie in Österreich, da gibt es keine duale Ausbildung, wo die Unternehmerinnen und Unternehmer die Verantwortung übernehmen. Insgesamt ist eine Krise der Lehrberufe festzustellen. Auch die Gastronomie ist davon nicht ausgenommen. Daher ist man bemüht, junge Menschen von den Vorteilen dieser Branche zu überzeugen. Sie wissen ja ganz bestimmt, es ist ja nicht wegzuleugnen, dass wir nicht nur schwache Geburtsjahrgänge mittlerweile haben und in allen Lehrberufen die Lehrzahlen zurückgegangen sind. Wenn ich natürlich die Tourismuslehrberufe anschaue oder ansprechen möchte, wenn ich natürlich gerne mit Personen oder Menschen arbeite und mein Brötchen verdienen möchte, ist das sicher eine ganz tolle Sache. Ich lerne sehr viele Leute kennen. Mir steht die Welt, mit der österreichischen dualen Ausbildung steht mir eigentlich die Welt offen. Uns beneidet der Rest der Welt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine russische Dame hier vor Ort, die sich den Wettbewerb anschaut, die uns sehr um das duale Ausbildungssystem beneiden. Und wir eigentlich da schon im Spitzenfeld sind. Sie brauchen ja nur daran denken, wenn Sie irgendeine Dokumentation im Fernsehen sehen über Gastronomie oder Hotellerie, es sind meistens ein Österreicher, ein Schweizer oder ein Deutscher Küchenschäf oder Serviceleiter oder Sommelier. Und die sind eigentlich auf der ganzen Welt sehr, sehr gefragt. Also die Berufschancen im Tourismus sind schon außerordentlich gut. Und gut sind die Chancen natürlich auch für die frischgebackenen Staatsmeisterinnen, denn sie haben sich wieder einmal gut bewährt. Die Freude ist dementsprechend groß. Ja, perfekt. Nein, es ist unbeschreiblich. Hätte ich mir nie gedacht. Super, super gut. Und Pläne für die Zukunft gibt es auch schon. Auf Saison gehen, irgendwas in Tirol, vielleicht am Altberg oder am Wilden Kaiser. Das steht noch nicht ganz fest. Weiter Gas geben, einfach nur weiter Gas geben. Ich will an die Weltspitze. Ich will weiter Gas geben. Das kann natürlich auch bedeuten, dass sie ins Ausland gehen werden und dort Karriere machen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Potenzial der Heimat abhanden kommt und ob dies nicht ein Verlust ist. Ja, eigentlich ja. Aber es ist relativ kurzfristig gedacht, wenn ich sage, ich bin jetzt traurig oder großartig traurig. Weil sie kommen ja meistens zurück. Und ich sage, für jeden Koch ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass er einfach auch die Auslandserfahrung macht. Ich sage, ein guter Koch, der muss viele Küchen sehen, viele Küchen durchleben, viele große Küchenchefs als Meister haben, um dann irgendwann einmal selber in der Lage zu sein, zu sagen, okay, das hat mir gefallen, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen und sucht sich so eigentlich die Sachen raus überall und kreiert dann irgendwann seine eigene Linie. Wenn er das natürlich nicht sieht, dann geht die eigene Linie großteils verloren. Aber jetzt wird einmal der Erfolg gefeiert von den Siegern, aber auch von den Veranstaltern und Betreuern. Ja, diese hohe Qualität reklamieren wir natürlich auch für unsere Schule, aber natürlich immer auch im Sinne der dualen Ausbildung, im Kontext mit der betrieblichen Ausbildung. Also das ist immer auch übergreifend. Und diese Zusammenarbeit mit den Gastronomiebetrieben, mit den Hotels, mit den Restaurants, mit den vielen hunderten Betrieben, vom Kleinstbetrieb bis zur Haubenküche, diese gute Zusammenarbeit versuchen wir auch zu pflegen und immer wieder auch das Gespräch zu suchen. Und der Erfolg gibt uns recht. Und bei diesen Staatsmeisterschaften können die jungen Menschen wirklich ihre in der Schule als auch natürlich in den Betrieben erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse auch unter Beweis stellen. Auch nächstes Jahr wird der Wettbewerb wieder stattfinden und junge Menschen dazu motivieren, teilzunehmen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017